Eines Vorgens in aller Früh Diese Blut, so sagen alle, wenn er tschau, wenn er tschau, wenn er tschau, 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 tschau Diese Blut, so sagen alle, er wird uns selbstfrei einschauen Liebe Freundinnen und Freunde, hier gehe ich nun und appelliere an euch, was ich gar nicht brauche habe Seht, welche Misere wir in unserem Land, aber auch in Europa und in der ganzen Welt zu beklagen haben Welchen Rechtsruck muss er erleben? NPD, Veklieder, AfD, die rechtslastigen Parteien wettern gegen unsere Demokratie Die wir natürlich bewahren müssen Weil ich den Holocaust überlebt habe Und ich weiß, was uns bevorsteht, wenn wir nicht alle gemeinsam gegen diese menschenverachtende Ideologie kämpfen Wir, die Überlebenden des Holocaust, haben in den Jahren danach immer gewarnt Nie wieder Faschismus Nie wieder Krieg Nie wieder Schweigen So wie nach 1945 Da gab es keine wirkliche Indienazifizierung Adenauer holte schlimme Naziverbrecher in der Indie-Regierung Sie konnten alle ihre Posten wieder einnehmen Die USA holten große Nazis in ihr Land, weil sie angeblich gebraucht wurden Viele Nazis konnten mit deutscher Hilfe nach Übersee fliegen, damit sie nicht für ihre Verbrechen gelangt werden konnten Der menschenverachtende Geist ist immer noch in den Köpfen vieler Gestringer und auch heute Lebenden Wollen wir heute wieder erleben, was damals viele von uns erleben mussten Nie wieder darf es einen Holocaust geben Nie wieder Diskriminierung von Minderheiten Und dennoch Unsere Politiker lassen zu, dass mit Waffen gehandelt wird Dass Waffen in Länder verkauft werden, in denen der Krieg bütet Mit Waffenhandel wird viel Geld verdient Aber wer denkt an die vielen Menschen, die mit diesem Waffen getötet werden? Ich möchte aufschreiben, wegen solch einer Unmenschlichkeit Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen aufstehen gegen den wiederaufkommenden Faschismus Gegen jeglichen Rassismus Wir müssen aufstehen für eine friedliche und menschliche Welt Wir müssen aufstehen für die Aufnahme der Geflüchteten Denn kein Mensch verlässt seine Heimat, wenn er dort leben kann Wir müssen aufstehen gegen die Gleichgültigkeit Gegenüber den vielen ertrinkenden Flüchtlingen im Mittelmeer Wir hier in Deutschland feiern jetzt 70 Jahre Grundgesetz Aber richtet sich unsere Regierung nach dem Grundgesetz? Darin steht nämlich, dass alle Nachfolge, Parteien und Organisationen der NSDAP Alle Nazischriften und Emblemen verboten sind Nazi-Aufmärsche wie nie zuvor Können oder müssen wir erleben Nein, das können und wollen wir nicht ertragen Darum stehen wir alle auf Das ist meine Devise und meine Hoffnung Und diese Zukunft hat gesagt Oh, wenn er schau, wenn er schau, wenn er schau, 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 schau Ist die Blume, ist Parisane Hier für unsere Freiheit schau Ist die Blume, ist Parisane Hier für unsere Freiheit schau Und die Blume, ist die Blume Oh, wow! Vielen Dank.